Die Stadt der Zukunft wünschen wir uns als offenen, atmenden, lebendigen Ort und deswegen freuen wir uns auf die neue Straßenbahnlinie und die Erschließung mit dem öffentlichen Verkehr. Damit ist mehr Platz auf Schiene und vielleicht kann noch mehr gesungen, diskutiert und getanzt werden in den Straßen der Stadt, so wie bei La Strada in der wunderbaren Kaiserfeldgasse. Der Neubau des Straßenbahnnetzes in der Neutogasse ist für uns, also unser Saarmuseum Joanneum, eine weitere Möglichkeit, um eine nachhaltige Anbindung der Museen im Joanneumsviertel an das öffentliche Verkehrsverkehr.